Ja, Gewitterlage am morgigen Donnerstag. Wird es danach wieder kalt und ein erster vorsichtiger Blick auf Ostern. Und damit einen allerherzlichen guten Abend und ein allerherzliches Glück auf natürlich. Ja, die kalten Tage haben den ein oder anderen nochmal ganz schön ins Rudern bzw. ins Schlittern gebracht. Gestern früh gab es nochmal ein ordentliches Wintergewitter hier in Sachsen, welches die A4 zwischen Nossen und Dresden über zwei Stunden lang wirklich lahmlegte. Da hat es kurzzeitig über 5, 6, 7 cm Schnee gegeben und da hat es einige LKWs quergestellt. Und natürlich hat diese Zugbahn des Gewitters dann auch für einige morgendliche Verkehrsprobleme allgemein gesorgt. Tja, wie geht es denn aber nun weiter? Kommt endlich der Frühling oder bleibt es weiterhin kalt? Und steht morgen eine Gewitterlage mit gefährlich klingenden Begleiterscheinungen ins Haus? Das böse T-Wort, ja, Tornados. Ja, muss man gegebenenfalls ansprechen, ja gleich, gleich. Warum? Und ja, wir schauen jetzt mal ganz entspannt wie gehabt in die aktuellen Karten. Und wie gesagt wagen auch einen Blick auf Ostern bzw. auf die Trends dahin. Ja, und steigen wie gewohnt ein mit dem Blick auf das aktuelle Satellitenbild. Wir sehen hier wunderbar diesen Kreisel hier nordwestlich der britischen Inseln. Ja, dieses Tiefdruckgebiet, zyklionale Eindrehung, ja. Und dementsprechend aus Südwesten her warme, sehr warme bzw. relativ milde Luft kommt dann herangezogen am morgigen Donnerstag. Das wird sich aber bloß um den einen Tag handeln. Und diese Luftmasse ist sehr instabil für diese Jahreszeit. Und ja, das ist eben so, dass jetzt so langsam die Gewitterlagen so wieder losgehen. Und dementsprechend muss man da auch drauf eingehen. Und die Sonne hat schon wieder so eine Kraft, dass die Energiewerte der Luft auch wieder steigen. Schauen wir uns aber alles jetzt genauestens an. Schauen wir aber erst mal auf das Overview mit dem aktuellen Rechenlauf des ICON-EU-Modells der Deutschen. Ja, wir sehen das jetzt wunderbar, dieses Tiefdruckgebiet, welches sich hier eben befindet. Und dieses Tiefdruckgebiet zieht eben, ja, ein kleines bisschen weiter, so Richtung, macht so eine Kurve Richtung Norden. Aber trotzdem aus Südwesten her dann immer wieder feuchte und relativ milde Luftmasse, die dann uns erreicht. Und die, wie ihr schön seht, alles blau hinterlegt. Das sind alles Schauer und auch Gewitter. Und vor allen Dingen dann auch im Süden bzw. nördlich der Alpen kann das auch mal ein bisschen länger regnen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zieht ein weiteres Randtief Richtung, ja, Deutschland. Und ihr seht das schon, ihr drückt ein Hochdruckgebiet im Norden dagegen. Und die Strömung ist auf Nord-Ost gestellt. Was das alles auf sich hat, zeigen wir oder gucken wir uns dann mal an, wenn wir die Gewitterlage für den morgigen Donnerstag besprochen haben. Wir nehmen jetzt das aktuelle oder beziehungsweise die aktuelle Berechnung des ICON-D2-Modells. Ja, das ist im Prinzip das Regionalmodell der Deutschen, wird aller drei Stunden neu berechnet und nimmt auch den Nowcast mit rein. Sprich die aktuellen Regensignale der Radare im Prinzip bzw. der Echos. Die werden dort mit reingenommen und dann werden die weiter verschoben und mit den aktuellen Modellberechnungen im Prinzip so ein bisschen vermischt. Ja, dementsprechend sehr genau, ein relativ kleines Raster und dementsprechend kann man auch sehr gut konvektive Lagen und auch Gewitterlagen eben prognostizieren. Und dementsprechend wird dieses Modell jetzt gerade in den Frühling hinein und auch im Sommer hinein immer wieder in meinen Videos auftauchen, weil es eben die konvektiven Signale besser drin hat als die globalen Modelle. Oben rechts seht ihr wieder die Timeline, für wann das eben ist. Jetzt müssen wir zwei Stunden drauf rechnen durch die Sommerzeit, sprich Jahre 23Z schon ein Uhr am morgigen Donnerstag. Wir sehen das jetzt hier wunderbar. Aus Westen zieht so eine kleine schlaffe Warmfront durch. Und diese Warmfront wird für einige Regenfälle, schwächere Regenfälle, sorgen können in der Nacht, in der zweiten Nachthälfte. Und südlich, ja, also südlich der Mittelgebirge wird sich auch immer wieder Regenbreit machen. Also gerade was Baden-Württemberg und Bayern angeht, da kommen auch konvektive Regenfälle dann von Westen hereingezogen. Die Sonne wird dann ihr Übriges tun, dass das im Prinzip alles so ein kleines bisschen noch aufploppt und auch, wie soll man sagen, dann Schauer durchsetzt werden wird bzw. auch Gewitter durchsetzt werden wird. Ja, der erste Tagesgang quasi bis zum Mittag ungefähr wird sich, wie gesagt, der meiste Regen im Süden sich aufhalten. Und dann sehen wir schon, wie im Westen dann gegen Mittag, gegen 14 Uhr ungefähr, die ersten Schauersignale hier auftauchen. Und diese Schauersignale werden auf dem Weg nach Osten hin immer stärker. Das liegt daran, weil die Sonne dort vorläufig, also präfrontal, noch ordentlich einstrahlen kann und dementsprechend die Luft weiter erwärmen kann. Und die Energiewerte der Luft, die dann eben den Gewittern oder den Schauern zur Verfügung steht, noch ein kleines bisschen steigen lassen könnte. Das muss man morgen auch wieder beobachten. Wie ist die Vorgeschichte? Wie ist die Bewölkung dort? Ja, wenn die Sonne rauskommt, dann kann es richtig gut einstrahlen und dementsprechend auch die Luftmasse weiterhin zum Labellisieren bringen. Ja, was sehen wir hier? Diese Linien, das sind alles Schauer und vor allen Dingen auch relativ kräftige Gewitter teilweise mit durchsetzt. Und dadurch, dass es eben zu, wie soll man sagen, in unteren Luftschichten ungefähr von 5 Kilometern bis auf dem Erdboden ungefähr, dort sind eben im Prinzip auch Scherungen drin und dementsprechend kann sich so ein Gewitter auch mal linienhaft organisieren. Sprich, es kann auch mal eine flachere Superzelle mit einer Mesozyklone entstehen. Und dementsprechend ist auch eine gewisse Tornadogefahr gegeben, aber wenn dann nur wirklich ganz punktuell. Das wird nicht jeden treffen, das kann ich euch gleich schon sagen. Aber wir müssen es einfach ansprechen, denn die Parameter der Modelle lassen dies einfach zu. Die Überlappung der Parameter ist eben da. Ja, wir haben Energie in der Luft, wir haben instabile Luft, wir haben einen hohen Temperaturgradient zur Höhe hin dann, sprich konvektive Wolken entstehen und wir haben diese Windscherung. Und dementsprechend kann so ein Gewitter, wenn es denn entsteht, beziehungsweise wenn diese Quellwolke entsteht, kann das dann eben in Rotation geraten und dementsprechend zur flachen Superzelle in dieser Jahreszeit eben auch sich entwickeln. Und dementsprechend kann es dann auch an so einer Mesozyklone, wenn alles passt in den untersten Stockwerken, kann es dann auch wirklich mal ein Tornado geben. Aber das, wie gesagt, das wird eine sehr, sehr seltene Erscheinung sein, wenn dann. Ja, aber es ist eben nicht auszuschließen. Wie gesagt, keine Panik, die Wetterlage lässt es aber nun einfach mal zu. Dementsprechend müssen wir es einfach ansprechen. Also, wie gesagt, im zweiten Tagesgang dann quasi gegen Nachmittag zwischen 14 bis ungefähr 18 Uhr ziehen Gewitter gerade hier im Norden eben durch. Die organisieren sich dann, da sieht es wunderbar, Richtung Osten hin, noch ein kleines bisschen stärker. Und dementsprechend, ja, muss man da auch wieder Modelllauf zu Modelllauf abwerten. Wie verhält sich das Ganze? Der Nowcast wird mit reingenommen. Ist vielleicht die Einstrahlung gar nicht da und im übernächsten Rechenlauf oder im Rechenlauf dann morgen, werden die Gewitter schon gar nicht mehr so stark prognostiziert bzw. es kann dann gar nicht mehr so stark auslösen. Aber, wie gesagt, es ist eben nicht von der Hand zu weisen, dass diese Parameter auch mal für die eine oder andere markante Umlagerung gut sein können. Schauen wir auf die Cape-Werte, die Convectiv Aviable Potential Energy-Werte. Ihr hört das schon, diese ganzen Begrifflichkeiten sind noch vom Sommer ein kleines bisschen im Hinterkopf. Ja, im Prinzip ist es die Energie der Luft, die eben dann diesem etwaigen Gewitter zur Verfügung stehen könnte, damit es eben dann ordentlich auslösen kann, wenn man es mal so will. Wir schauen uns das jetzt mal ganz kurz an. Oben rechts wird die Time-Werte, wann das eben ist. Und ich muss leider Gottes sagen, dass die Werbung hier auf der Seite sehr stark ist. Und dementsprechend rutscht das immer wieder mal ein kleines bisschen nach links oder rechts. Das ist ein bisschen nervig, aber ich kann es leider nicht ändern. Ja, ihr seht das jetzt hier wunderbar. Das Blaue ist alles relativ stabile Luftmasse. Und das Grüne dann sind instabile Luftmassen bzw. der Cape-Wert, der steigt. Und dieser Cape-Wert, der kann dann eben, wie gesagt, eben schon von den Gewittern genutzt werden. Das Grüne, selbst das Gelbe hier, das sind teilweise Werte von so 600, 700 bis 800 Joule auf ein Kilogramm Luft. Und das ist für diese Jahreszeit schon relativ ordentlich. Und wenn ein Gewitter entsteht, dann kann es eben diese Energie aufsaugen und dementsprechend dann ja auch zu kräftigeren Regenfällen kleinkörnigen Hagel. Ja, möchte ich nicht ausschließen, gerade wenn so ein Gewitter ein bisschen in Rotation gerät, wo dann eben die Feuchtigkeit immer wieder in die Frostzone reinkommt, dann wieder vom Aufwind aufgefangen wird, wenn es runterfällt, dann wieder in den Frostbereich und dann entsteht eben Hagelkorn. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Umso mehr ein Regentropfen in diesen Aufwindbereich reinkommt, wo es dann eben in diesen Frostbereich reingeht, umso größer wird eben dieses, wie soll man sagen, Hagelkorn oder dieser Hagelstein dann am Ende, wenn es dann im Sommer geht, wenn es dann wirklich über 4, 5 cm geht. Aber das ist kein Thema zum morgigen Tag. Wie gesagt, kleinkörniger Hagel kann ganz vereinzelt mit dabei sein. Ja, dementsprechend dann, wie ihr seht das wunderbar, die Auslösung der Gewitter dann hier mit natürlich dem Aufsaugen des Cape-Wertes in Bezug auf die Verlagerung von West nach Ost und dann auch rasche Wetterberuhigung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann. Was auch sehr interessant ist, was auch für ein Auslösen der Gewitter eben, wie soll man sagen, ja, was ein Anzeichen dafür ist, wir schauen uns jetzt mal den Jetstream an. Der Jetstream ist im Prinzip das Starkwindfeld in 300 Hektopascal, sprich so in 9 bis 10 Kilometern Höhe. Und wir haben hier so einen kleinen Jetcore, ja. Und dieser Jet, der hat im Prinzip einen rechten Ausgang und einen linken Eingang. Und dadurch, dass es eben, ihr müsst euch das vorstellen, wie so eine Rolle ist, ja, auf der Seite dreht sie sich so und auf der anderen so. Und dementsprechend kommt es am Erdboden zu Unterdruck und eben dann auch zu Auslösung von Gewittern, beziehungsweise von Quellwolken. Und das ist in diesem Bereich zu sehen und auch in diesem Bereich zu sehen. Ich weiß, es ist sehr synoptisch gerade, aber ihr müsst euch das einfach so vorstellen, beziehungsweise so vorstellen, wenn man sich das mal so jetzt in Bezug auf die Kameraaufnahme sieht. Ja, also in dem Bereich dreht sich dieses ganze Ding so und in diesem Bereich dreht sich dieses ganze Ding so, wenn man sich das jetzt mal räumlich vorstellt. Und dementsprechend muss eben hier Luft vom Boden her nachströmen in die Höhe und hier dementsprechend genauso, was eben ein Indiz dafür ist, dass es eben dort zu Hebungen kommen wird, beziehungsweise zu Gewitterauslösungen. Ja, das ist nochmal so eine kleine, ja, so eine kleine synoptische Anekdote diesbezüglich. Ein weiteres Thema ist der Höhenwind, hier zum Beispiel jetzt in 850 Ekspaskal, beziehungsweise 1500 Meter Höhe. Wenn dieses Gewitter entsteht, kann natürlich durch diesen straffen Höhenwind der Niederschlag diesen Wind nach unten hindurch mischen und dementsprechend kann es auch zu kurzzeitig richtig ordentlichen Sturmböen kommen. Punktuell kann es vielleicht auch mal bis in diesen orkanartigen Bereich reingehen, wie das zum Beispiel das Modell Aromé, beziehungsweise das Regionalmodell der Franzosen eben ausspuckt. Wie gesagt, hier teilweise so um die 100 Kilometer bis 110 Kilometer pro Stunde in der Höhe plus die Verdunstungskälte des eigentlichen Niederschlages kann es eben dann mal zu so einem richtigen Fallwind kommen und das muss man eben morgen bei Aufzug einer relativ dunklen, ja, gewitterträchtigen Wolke eben dann ein bisschen auf der Agenda haben. Aber es könnten wirklich sehr schöne Strukturen morgen auch zu sehen sein und es könnte auch so eine erste größere Gewitterlage, ja, des Jahres sein. Muss man mal schauen, was eben im Prinzip rausgeholt wird in Bezug auf die Vorgeschichte, ich hatte es eben bereits schon angesprochen, mit der Einstrahlung, wenn natürlich vorher Wolken sind, kann die Sonne nicht so ordentlich einstrahlen. Und dementsprechend sinken auch die Cape-Werte, weil eben die Niedertroposphäre durch die Sonne nicht so erwärmt wird, wie es vielleicht jetzt hier gerade berechnet wird, ja, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Schauen wir noch auf Aromé, ne, mit dem aktuellen Berechnung des Zwölferlaufes. Ihr seht das jetzt ja auch wunderbar. Oben rechts die Timeline wieder wie gehabt, natürlich auch zwei Stunden draufgerechnet, für wann das eben ist. Ja, jetzt sind wir schon in der Nacht von heute auf morgen und da sehen wir diese, ja, Warmfreund, die er aufkleidet. Ja, also wir sehen das jetzt stärkere Niederschläge auch oben Richtung Schleswig-Holstein und Hamburg und dann gegebenenfalls auch noch so ein bisschen, ja, Stendal, Magdeburg und dann ein bisschen schwächer Richtung Sachsen runter. Dann aber, wie gesagt, bereits eben schon angesprochen, erste konvektive Niederschläge auch schon in den Morgenstunden in Baden-Württemberg und Bayern. Und dann sehen wir schon hier diese, diesen, diesen Streuselküren. Und das sind im Prinzip diese Schauer und Gewitter, die sich dort schon zu, ja, in Erscheinung treten, sagen wir es mal so. Und nach Osten hin sich dann immer weiter intensivieren. Und dann gegebenenfalls auch wirklich, wie ich bereits eben erwähnte, ein kleines bisschen linienhaft werden könnten. Und am südlichen Teil können sich dann gegebenenfalls auch mal so ein kleines bisschen, so eine super zelluläre Entwicklung könnte dort anstücken. Und gerade an diesen Bereichen, ja, an solchen sogenannten, ich möchte es nicht sagen, Bow-Echos oder Bogen-Echos, aber an diesen, wenn da so eine Gewitterlinie durchzieht, dann sieht das ja manchmal so gezackt, beziehungsweise so gebogen aus. Und an diesen Ecken sind immer die höchsten, ja, Windscherungen zu vermuten und dementsprechend, also an den unteren Ecken. Und dementsprechend sind dort beim Anstückeln gegebenenfalls, ja, es könnte, wie gesagt, sein, dass es dort wirklich mal zu einem kurzlebigen, schwachen Tornado kommen könnte. Ja, man muss es einfach ansprechen. Wie gesagt, keine Panik, wenn keiner kommt, alles tutti paletti. Aber wie gesagt, manchmal kommen sie eben völlig unverhofft, wie jetzt vor kurzem erst, am 26.03. war das, glaube ich, in Gießen. Ja, da hat es einfach mal eine F1-Tornado gegeben mit ordentlichen Schäden, ja. Und hat auch keiner so richtig auf dem Schirm gehabt, ja. Aber wie gesagt, die Parameter haben es eben tatsächlich auch hergegeben. Vermutet jetzt für die Jahreszeit bloß keiner so richtig. Und das ist eben immer so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Aber gerade das Frühjahr, auch im Hinblick nach Oklahoma oder so in die USA, dort ist eben gerade der Temperaturgradient immer relativ straff und dementsprechend auch sehr viel Dynamik in der Atmosphäre. Aber was das angeht in den USA, dort sind auch orographische und topografische Gegebenheiten da, die das alles begünstigen. Das haben wir hier zum Glück durch diese zonale Anordnung unserer Gebirge eben nicht dieses Risiko. Ja, in den USA ist es dann eben diese meridionale Anordnung und dementsprechend können dort die Luftmassen vom Golf von Mexiko aus dem Norden volles Rohr zusammenprallen. Und dann geht eben richtig die Post-Ableiter Gottes. Ja, nochmal ein Blick auf die Kälbwerte zur Verdeutlichung, auf das Modell Aromé. Wir sehen das jetzt wunderbar, die Energiewerte der Luft steigen dann am morgigen Donnerstag und werden dann, ihr seht das hier wunderbar, das weiße sind im Prinzip schon Gewitter bzw. Schauerwolken, die dann eben den vorläufigen Kälbwert, wenn er dann entsteht, so wie es hier simuliert wird, aufsaugt und dann eben von West nach Osten hin durchschiebt. Der Wind, wie bereits eben schon angesprochen, ja, oben rechts die Timeline, ich sage es immer wieder, für wann das eben ist, am morgigen Donnerstag, seht ihr das auch wunderbar, es wird ordentlich pfeifen. Es werden vorläufig auch ohne Gewitter so um die 50, 60, gegebenenfalls in exponierten Lagen auch 70 Kilometer pro Stunde möglich sein, das ist einfach so, der Druckradient gibt es eben her. Und dann eben mit Durchzug der Gewitter wird es dann eben auch sein, ihr seht das jetzt wunderbar hier, auch mal Kleckse mit teilweise 80, 90 und teilweise auch 100 Kilometer pro Stunde. Dieses Modell spuckt sogar hier punktuell, das Modell nimmt immer das Maximale, was hier berechnet wird auf der Karte. Und hier werden auch teilweise 120, was voller Orkan wäre, berechnet, ja, das wären sogenannte Microbürst, beziehungsweise Downbürst, die aber gegebenenfalls entstehen, würden mit Durchzug der Gewitter, beziehungsweise der Gewitterlinien und muss man aber auch sagen, dass Aromé hier immer ein kleines bisschen erfahrungsgemäß übertreibt, was das angeht. Dennoch möchte ich tatsächlich die 100 kmh bei Durchgang dieser Gewitterzellen, wenn sie denn entstehen, ja, diese Gewitterlinien nicht, ja, abschreiben. Ja, das muss man einfach sagen, der Modellabput gibt es eben her. Was dann am Ende passiert, konvektive Lagen, Gewitterlagen immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, beziehungsweise nicht einzuschätzen, sondern vorherzusagen, das muss man einfach so fairerweise sagen. Ja, nach, wie gesagt, dann Windabflauung, dann natürlich mit Abendgang, beziehungsweise in die Nacht hinein, dann ist sowieso alles wieder safe. Schauen wir noch, wie bereits eben angesprochen, auf, oder, ja, auf die Ostertage, ja, beziehungsweise jetzt erstmal auf das Wochenende, was ich eben bereits angesprochen hatte. Denn dieses Randtief, was ich eben bereits erwähnte, am Samstag und Sonntag, zieht eben dann so ein bisschen, wie in der letzten Wetterlage, wo es geschneit hatte, so ein bisschen quer über Deutschland hinweg. Und aus Norden werden dann eben kältere Luftmassen herangeführt. Und wenn wir nochmal richtig reinschauen nach Deutschland, dann können wir nämlich Folgendes erkennen. Dann sehen wir hier zum Sonntag lila Farben. Tja, und das ist eben Schnee. Sprich, am kommenden Wochenende sind wieder Schneefälle möglich. Überprüfen wir das mit dem GFS-Modell in Bezug auf die 850 Hektro-Baskalt-Temperaturen und sehen uns mal an, wie sich das jetzt hier verhält. Ihr seht es wunderbar, dieses Ding zieht es hier durch. Oben rechts die Timeline, immer für wann das eben ist. Und dieses Tiefdruckgebiet klebt sich hier so ein bisschen ein und zieht dann weiter durch. Und aus Norden brechen dann eben wieder kalte Luftmassen rein. Tja, und diese kalten Luftmassen könnten dann in Bezug auf Timing in der Nacht, gerade in den Morgenstunden, für eine weiße Überraschung eben wieder sorgen. Und wenn wir dann einfach nochmal das GEFS, also quasi das Ensemble, wo alle 30 verschiedenen Rechnungen geglättet hier reingenommen werden, kann man im Prinzip die Wahrscheinlichkeit dieser Wetterlage erkennen. Und wenn wir dann den Sonntag uns zu Gemüte führen, ja, da sehen alle Member des GFS-Modells, dass es eben zum Sonntag wieder relativ kalt werden wird. Mit auch Bodenfrost in der Nacht und so weiter. Also wie gesagt, ich habe schon wieder gehört, dass einige es wieder nicht erwarten konnten mit ihren Sommerreifen, ihre tollen Felgen zeigen und so. Tja, ich weiß nicht, ob das so cool war jetzt vor kurzem auf der A4, ja, mit Sommerreifen zu stehen bei 56-7 cm Schnee innerhalb von einer Viertelstunde. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Man kann es nur immer wieder ansprechen. Was auch sehr interessant ist, dass alle Member hier ein Skandinavienhoch drin haben. Und diese Hochs drehen sich auf der Nordhalbkugel eben immer mit dem Uhrzeigersinn und dementsprechend kommt die Luft eben aus Nordosten. Sprich, kalt und in dieser Jahreszeit auch noch frostig. Ja, nach hinten raus schauen wir uns nochmal natürlich auch die Ostertage an. Wir gehen jetzt hier ein kleines bisschen weiter und beobachten mal diesen Kaltluft, ja, dieses Kaltluftreservoir. Das hier, das sind minus 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Das ist richtig nochmal winterlich, ja. Und wenn man dann einfach mal weitergeht in Richtung Samstag, Sonntag bzw. Karfreitag jetzt hier, Samstag und Ostersonntag, können wir erkennen, dass wir vor allen Dingen immer wieder hier über den kritischen Inseln Hochdruckeinfluss haben. Also es blockiert immer wieder ein Hochdruckebiet dort. Und dieses Hochdruckebiet, wenn es dort liegen bleibt, schaufelt natürlich immer wieder kalte Luftmasse aus Norden ran. Und es haben immer wieder, also die neuesten Berechnungen, oder die letzten Berechnungen besser gesagt, der verschiedenen Modelle, übergreifend immer wieder diese Nordlage bzw. Nordostlage drin. Und dementsprechend, ich nehme an, dass die Ostertage, ja, viel zu kalt ausfallen werden. Und der ausgerufene Frühling, den ich jetzt überall so höre hier, also ich sehe ihn nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, also, ich weiß nicht, was sie damit bezwecken, aber es ist richtig frühlingshaft, wird es maximal morgen. Aber nur kurz, weil dann eben die Gewitter durchdonnern. Und Freitag setzt dann, wie gesagt, eben dieser Regen ein. Und am Samstag und Sonntag, ja, wird es dann Richtung Wochenende eben dann wieder kälter, ja. Aber wie gesagt, Ostermontag jetzt nochmal und dann nach hinten raus. Klar, ist alles Kaffeesatz, aber immer wieder der Modelloutput. Und entscheidend ist eben diese Wetterlage, diese Großwetterlage, dass sich diese blockierenden Hochdruckgebiete eben immer wieder dann dort zu bilden scheinen. Und das ist eben so, ein Hochdruckgebiet dreht sich nicht mehr mit dem Uhrzeigersinn. Und dementsprechend kommen eben diese kalten Luftmassen immer wieder nach Mitteleuropa. Eigentlich zu einer Jahreszeit, wo wir sie gar nicht mehr wollen. Und es fällt immer wieder auf, auch in den letzten Jahren, dass der Frühling immer mehr ausfällt, dass der Winter oder die kalten Kaltlufteinbrüche überhaupt nicht mehr abreißen, bis in den Mai sogar reingehen und dann von einem Tag auf den anderen der Sommer da ist. Also das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, dass sich diese Jahreszeiten alle irgendwie so einen Monat nach hinten geschoben haben. Der Herbst geht unheimlich lang, beziehungsweise der goldene Oktober, wie auch immer. Und der Winter, wenn er denn da ist, der zieht sich dann ein bisschen in den Frühling rein. Das ist immer sehr, oder das ist in den letzten Jahren echt auffällig. Aber wie gesagt, wir beobachten das weiterhin. Ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und natürlich wollen wir auch nochmal, was ich ganz vergessen habe, nochmal die Ensembles angucken. Und da seht ihr auch wunderbar, das ist der kurze Frühlingspeak hier. Die 30 verschiedenen Member, die ja als Grafen aufgeführt sind, die wir uns gerade eben im GEFS angeguckt haben, die gehen ja volles Rohr wieder runter und die sind sich alle einig. Das kommende Wochenende, das wird wieder recht frisch werden. Und nach hinten raus, tja ja, der Controller, der blaue Richtung Ostern, geht auch wieder relativ weit runter. Müssen wir abwarten, aber so ein richtig warmes Ostern, ein mildes Ostern oder Frühlingsostern, das sehe ich hier nicht. Schönen Abend noch, Glück auf und bis später, wenn ihr möchtet. Und ciao.